Unfassbar, dass mein kleines Mädchen morgen heiraten wird. Hey, hey allerseits. Ich möchte euch meine Eltern vorstellen. Phil und Candy hetero. Peter Griffin, meine Arme wurden bei einem Konzert abgerissen. Also, die zwei Totel-Täubchen wollen ernst machen? Ja, eine heterosexuelle Hochzeit. Das, was ihr beide immer wolltet. Ich wollte das auch. Wir alle wollten das. Als jemand, der keinen Subtext versteht, sage ich einfach Cheers. Cheers. Wissen Sie was? Das verlangt nach Champagner. Sir? Entschuldigung, Sir? Ach, der Kellner ist eine Katastrophe. Na endlich. Wir hätten gern Ihren besten Champagner und Ihre längsten Messer und Gabeln, bitte. Und Phil, was machen Sie beruflich?